Versetz dich mal in meine Lage, bitte. Ich saß hier schon stundenlang, hab die ganze Zeit immer danke, danke, danke gesagt. Jedes zweite Kommentar das gleiche. Super. Reicht doch irgendwann. Mein Stream besteht nur noch aus Danke. Flirts. Ja, ich lass mich hier von jedem anflirten, ganz bestimmt. Irgendwann platzt mir auch der Arsch, ne? Das ist anscheinend neu hier. Ich nenne meinen Stream demnächst Danke. Okay. Flirt mich doch Anna an. Macht Spaß. Macht Spaß. Macht Spaß. Ja. Ich bin die letzte Arrogannte, die arrogant ist. Ich glaube, du hast mich einfach nicht verstanden. Ja, mag sein. Was soll man machen? Alles besteht hier irgendwie aus Anmachsprüchen. Ja. 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 Ja, es ist heute Donnerstag. Ja. 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 Ja.